und die letzte runde kann ab nachholen und dann machen wir die letzte runde hier hätten sie aber die hätten hier lieber sieben runden machen wollen und so nicht bei den hyperion zeug die blöden roboter nicht das macht mir viel mehr spaß ja aber es ist auch wesentlich einfacher roboter als feinde sind eigentlich nie so richtig wirklich cool außer damals bei binary domain das war ein fettes spiel das war ein fettes spiel ansonsten mag ich keine roboter als gegner akku kundig Gegner, wie sie ja sterben. Na dann mach mal hässlich, Digga. Mach das mal jetzt hässlich. Woop. Hm. Digga. Woop. Hehehe. Hm. Joa. Also hier läufts grad gut. Die Gegner da unten sieht man immer gar nicht. Dann geht man die mal wieder hier hoch. Da seh ich die besser. Pupp. Geknallt oder was? Was ist das? Feldratte. Du warst meine Feldratte. Tunnelratte. Komm her. Tunnelratte. Tunnelratte. Ohja. Komm jetzt ja hier. Nuklebrexel. Nuklebrexel. Yo. Peng. So. Ok tot. Die Tunnelratte. Geht schnell wieder. Die Tunnelratte. Geht schnell hier. Die Tunnelratte. Ich hab grad mal 5 kritische Treffer. Was ist denn los? Es geht doch mehr. So. Jo. Guck mal, ob Bart hier alles geht. Nichts kritisch. Ich meine, es ist ja im Endeffekt ja, aber... ...aber das sollte schon... ...wahrwürdig. Hm, steht hier unter mir einer irgendwo? Nee, hinter mir. Mal gucken, ob ich jetzt noch was mit der Knarre hier ausrichten kann. Großartig. Oh, da kommt er nicht. Hm. Oh, oh. Guck mal, eigentlich, das hätte voll ein kritischer Treffer sein müssen. Oh. Also... Also wie gesagt, das ist ja eigentlich scheißegal. 50 soll ich machen? Also ich brauche es ja nicht. Deswegen werde ich mich damit jetzt auch nicht aufhalten. Großartig. Hat ein paar gemacht, wenn gut ist. Hat ein paar gemacht, wenn gut ist. So, Welle 3. Fährt sich oder was? Nee. Da kommt noch was. So ein Ding. So ein Ding. So ein Ding. Oder hat die Welle 3. Ne, wir sind in Welle 4, aber... Ach. Gott, doof. Beschrieben. 3, wenn ich nicht schaffe. Ich bin in der 4. So muss es sein. Ah, da. Ist man schlecht? Hier wird trauen. Da ist es. Das ging mal... Na... Kommt alle her! Jetzt nur Kanonenfutter. Ohne, Kanonenfutter. Kann Granate hin. Kanonenfutter. Sooo, kommt das! Ja. Sack, lässt der Wäsche runter oder ach so? Ich dachte, der schießt nur auf mich, hab ich gar nicht mitbekommen, dass der Feinde runterlässt. Dann ist es ja auch kein Wunder, wenn der von weggeflogen ist. Ich schieb mich mal da hoch durch und locken können, oder? Gut, dauert zwar ewig, aber es geht. Weiß ich nicht Bescheid. So, Runde 4 geschafft. Jetzt kommt die letzte. Letzte Runde. Für die letzte Runde machen wir mal ein bisschen. Das ist dann sehr erkannt. Na, wo kommt ihr her? Toll. Ich dachte, die kommen. Von da unten, aber nein. Nein. Ihr seid alle so! Ja. Iridium. Beruhig zwar. Doch, beruhig. Ja. 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 ich nehm. Ich nehm' auch den Topf. Ja. Es geht ja vorher. Der ist gut. Ich nehm' auch nur ganz normaler. Ich dachte, der wäre so schwerer. Ich schieß' euch nur mit dem Kupfer ab, wenn ich den Rest alleine machen. Das ist doch ein... Nein, das ist doch ein... Okay... Oh, kommen doch noch welche? Ich dachte, das war's jetzt gewesen. Nichts. Sollen wir mal nachladen? Ganz in Ruhe. Das war's. Hier. Alle fünf Runden erfolgreich abgeschlossen. Okay. Okay, okay, okay. So.